Willkommen in Berlin. Brandenburger Tor und Siegessäule sind nur zwei der unzähligen Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. Keine andere europäische Metropole hat so viel Kunst und Kultur zu bieten. Berlin mit seinen rund dreieinhalb Millionen Einwohnern ist Multikulti. Rund 190 Nationalitäten sind in Berlin vereint. Berlin ist und bleibt unverwechselbar. Wer kennt sie nicht, die Berliner Currywurst. Gut und günstig, so lieben sie Einheimische und Touristen. Mindestens genauso lecker geht's auch in den Berliner Wirtshäusern und Biergärten zu. An der 1300 Meter langen Eastside Gallery erinnert ein altes Stück Berliner Mauer an die Zeit vor der Wiedervereinigung. Im Berliner Reichstag können sie den Politikern auf die Finger schauen. Und danach am Spreeufer wieder die gute Berliner Luft schnuppern. Hier können sie sich ganz entspannt auf den Abend in Berlin einstimmen. In Klärchens Ballhaus finden sie den vielleicht schönsten Ballsaal der Stadt. Ein Highlight, der Tango-Abend in dieser außergewöhnlichen Location.